Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und auf zu A. Oder? Direkt. Da kommt einer. Von den hohen Mons. Sacka. Sehr schön. Doppelter Teamkill. Wow. Oh, das will ich fest. Ja, auf und zu C. Ich back hier gerade rum. Oh nein. Oh, an der Leiter oder wie? Oh nein. Nein, nicht backen. Ah, komm schon. Kannst du auf mich draufschlagen? Komm mal nach oben und schlag mich. Ja, ich muss die andere Leiter, äh, andere Leiter nehmen. Dafür haben wir keine Zeit-Skulder. Warum machst du sowas? Der ist ein blauer. Zone A verloren. Zone C eingenommen. Pass auf. Wow, shit. Vielleicht, äh, vielleicht erwischt er mich. Das ist doch ein Scheiß. Komm schon, bitte kill ihn. Der Gegner erwischt mich aber auch gar nicht, ne? Zone C verloren. Keine Ausdauer mehr. Ich kann halt irgendwie auch nicht, äh... Das nervt mich gerade tierisch jetzt. Der blockt alles. Das ist... Was? Ich hab den hundertmal getroffen. Zone C eingenommen. Ja, er hat dich... Er hat mich erwischt. Dankeschön. Ich komm wieder hoch zu dir. Alter, weißt du, wie mich das nervt? Ich hab mich schnell wieder überlebt. Ich hab den voll angedamaged. Ich hab den durchgehend getroffen. Der hat mich so gut wie nie getroffen. Der trifft mich einmal und ich war tot. Oh, fuck. Nein. Okay. Ich hab... Ach, das ist ein Bot. Ach, du Scheiße. Was? Der Bot hat... Ja, ich war das so fertig gemacht. Ich sag doch, die Bots sind im Spiel richtig gut. Angeblich. Ja, wir haben es ja gerade selber gemerkt. Direkt hoch, lass den unten. Zu A, oder? Ja, ja. Gut, ich bin erst gerade gespawnt, darum. Ich muss echt mal dran denken, mal die Fähigkeiten herzunehmen, irgendwie. So gut sind... Du direkt runter, oder? Wow, Alter, ich dachte, ich sterbe. Oh, der ist ein Gegner. Wo bist du? Au, au, au. Wo bist du? Der hat direkt bei B. Und kämpft hier gerade gegen den Bot wieder. Na, nicht zu wenig. Achso, gegen den kämpfst du. Gegen den Bot kämpfst du. Alter. Wieso fliegt er nicht runter, eigentlich, ne? Der Block, alles. Der ist so gut, der Bot. Leck von mir. Ja, Galleil. Und der andere tut uns in Klüscheln. Äh, auf zu hoch. Ah. Ah, haben wir doch schon. Achso, wir haben ja alles drei. Achso. Oh, ich halte mich mal. Ah, dein Bot, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe den ungefähr wirklich zehnmal oder so getroffen. Ich habe den durchgehend getroffen, ne? Ja. Dann hatte ich keine Ausdauer mehr. Verteidige dauern. Und dann trifft er mich einmal und dann noch einmal und ich war instant tot. Wow. Alter, halt fliehen. Haha. Warte, warte, warte. Eins, zwei, drei. Nein! Hahaha! 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 Wir sollten uns lieber zu ziehen! Hahaha! Nee, die Leiter, die Leiter geh ich nicht runter. Die ist so fack. Hahaha! Und der war nicht schlecht! Haha! Sag mal, der konnte man doch normalerweise immer! So, DC! Eingenommen! Boah! Ja, dann versuchen wir's mal bei... Oh, bei B ist ein Gegner! Oh, Alter! Oh, scheiße! Da sind zwei Gegner! Alter, ich muss hier weg! Du scheiß Bot! Ich helf dir mal schnell! Na, dem geht's eigentlich grad! Geht eigentlich! Boah, die rollen die! Das ist nicht deren Ernst! Die Bots töten ihren Bot! Oh, Alter! Wow! Hey, das ist ja auch ein Bot! Ja! Wie viele Bots? Kann die nur noch Bots oder was? Alter, Alter! Wie geht nochmal der schwerer am Griff? Das weiß ich schon gar nicht! Rechte Maustasten! Hä? Rechte Maustasten! Rechte Maustasten! Hahaha! Das ist so dämlich! Oh, da ist ein Krieg! Oh, Alter! Hinter mir! das ist ein Krieg für dich! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Er wollte! Ja, geil! Der eine hat sich jetzt mit, glaube ich, schon zwei oder drei Kills gestohlen! Aus unserem Team der Typ! Ja, mein lassen halt! Lang wir gewinnen! Ja! Ja, trotzdem, neft sieh! ja ich war doch mal eine lustige Runde ja, irgendwie schauen ach, herrlich du reichst Level 4 oh, ich hab ein neues Symbol bekommen Cunningham-Schild, äh, was punkt mir das? Nichts na, dann nehme ich mich einfach mal an, nee sieht ganz nett aus gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen ja, danke, und dann sieht man sich bei der nächsten Folge wo ich mal die nächste Klasse ausprobieren ja, ich werde auch mal eine andere Klasse ausprobieren und tschüss, 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 tschüss schüss